Hallo zusammen, und heute spielen wir Cube. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal auf Start. Ich meine, es ist ein eigenartiges Spiel. Okay, anscheinend ist das, was ich gebaut habe. Das habe ich noch nie ausprobiert. Was ist, wenn ich jetzt... Okay, was ist so? Keine Ahnung. Also, bei dem Spiel geht es eigentlich hauptsächlich darum, Sachen zu bauen, und sie danach in die Luft zu werden. Ich baue jetzt einfach mal die Tür mit. Okay, ich habe keine Ahnung, warum die Tür mir schon in die Luft fliehen. So ungefähr die Leute. Ich schalte mir jetzt doch. Hallo? Nein, ich kann nicht auf Start schauen. Oh, da. Also, ich baue jetzt einfach alles vor den Türmen. Vielleicht, das mache ich dann. Dann vielleicht... 1,5, also bin ich falsch. Hier. Vielleicht... Tower. Hallo? Okay, jetzt geht's. Türme. Steine. Hey, was soll das denn tun? Ich gehe gar nicht. Was ist? Ich habe keine Ahnung, was ist das die Tower sind. Was ist das hier? Ah, hier kann ich heute bauen. Ich kann jetzt nicht einmal kurz mehr... Hallo? Ja, wenn das schon liegt. Hallo? Irgendwo hinschauen muss es nicht mehr so liegt. Ich habe noch 2 FPS. Ich kann die Anzeige nicht mehr schließen. Hallo? Jetzt scheint es zu spät zu sein. Okay. Mach's noch? Ich kann sogar Menschen. Hallo? Kann ich Menschen setzen? So. Geht das? Kann ich Menschen setzen? Hallo? Ich hab hier eine Frau besetzt. Geht sie auf mir? Oh shit. Das hätte ich... Das hätte ich... Ist das denn... Ich kann mich jedenfalls herunterladen... Das ist doch... Nee... Ich habe nicht so wenig FPS. Ich mache nicht so ultra low. Okay, das wird sowas von leckend. Ja, falls mich niemand fragt, was ich gerade gemacht habe. Ich habe ein schwarzes Loch erzeugt. Soll ich dann mal irgendwas wegsprengen? Okay, jetzt weg. 3 FPS. Wissen, was ich jetzt einfach mache? Ich spreng das Ganze hier in die Luft. Das war mit Power 29. Und jetzt ist es einfach alles in die Luft geflogen. Da kommt einfach so Atomküte. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Sachen wie die Luft jagen. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das schwarze Loch hat es einfach wieder gelebt. Was machen denn diese Bälle? Wäre nie vom schwarzen Loch angezogen. Dieses Schwert hier finde ich krass. Hä? Hey, jetzt mach den Effekt. Man, letztes Mal hat es so einen richtig krassen Effekt gemacht. Was ist das? Die Kiste hier? Ähm... Okay. Hallo. Jetzt kann ich die Kiste... Die wird einfacher. Wie sette ich das schwarze Loch? Oh, so. Also, ich will das hier haben. Äh, nicht zweimal... Mann, warum platziere ich hier jetzt so viele Kisten? Weißt du was? Ich glaub, hier... Sieh einfach noch was in die Luft. Dann setze ich nochmal ein und daraus machen wir eine Boomkiste. Ich hab keine Ahnung, warum Smartphones explodieren. Ich hab erstmal ein Boomklas gemacht. Und Glas voller Smartphones. Und Glas voller Smartphones. Und Glas voller Smartphones. Äh, hat irgend eine Ahnung wo das ist. Klaas alles voll mit Geschenken Pisser das werde ich die Dinge abheben das ist schön ich habe Bananen ich kann Bananen fliegen lassen Halt ich habe doch gar nichts gemacht stopp aufhörbe ich habe gerade mal ein FDS ich hoffe ich konnte mich so noch mal retten ja ok jetzt wird es gleich wieder laut ok verzögertes Feuer also so konnte ich mich noch mal nicht näher dran obwohl ich gehe da mal näher dran das habe ich ja noch gar nicht der macht das sich einfach so das Feuerwerk setzen ok das habe ich noch aktiviert und wieder ist es einfach nur leid oh mein Gott so was mach ich jetzt mit diesem portal hier und was ist wenn ich das hier dran sitzt es ist jetzt nicht mehr es ist nicht nochmal... irgendwo... Ah, da oben. Hä? Was ist das? Das setzen und dann das aussehen? Oh, jetzt hab ich's! Jetzt hab ich die Kanäle! Ja, was ist das so? Ähm... Kann einer sagen, ob das rote da ist? Egal, ich versuch's zu treffen. Okay, auf so einem kleinen... Oh, warte mal! Das ist ein Panzer? Oh, das... Das kann ein Panzer steuern! Eine Mini-Rocket! Ohohoho! Oh mein Gott! Eine Mini-Rocket! Ähm, ja! Ah! Was hat das noch? Eine Rocket! Was macht die? Ich hab hier einfach so'n Racken... Ich hab hier... Ohohoho! 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 Ohohohoho! Was könnt ihr hier noch? Ohohoho! Wie geht's denn mit Lein-Rocket? Ohohoho! Ah, ich muss jetzt hier genau in die Mitte treffen! Nein, warum kann das Steuerkreis nicht mehr höchste sein? Und wie hier einfach reise die Luft fliegt. Okay, nächstes Portal. Hallo. Warum kann ich das... Oh. Das ist das nächste Portal. Äh... Indie2. Oh, gut. No. Nächste. Das ist... Ich kann mir Toothborn... Na, Ratte. Hä. Und halt Menschen. Okay. Ich kann noch Bananen spawnen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was die Bananen sind. Dann halt noch wie immer die Kisten. Das sollte ich definitiv noch mal machen. Ich hab imMaß gesehen, deinem Maß. Soll ich mich das noch mal machen. Ich kann noch ein bisschen machen. Hier mal die Habe. Du hast den Boss-Berr-Berr-Berr-Berr-Berr-Berr-Berr-Berr-Berr-Berr-Berr-Berr Ich habe doch gar nichts gemacht, meine Güte wegzumachen. Ich habe noch nicht meine Ahnung, wie ich gerade bin. Okay, was macht die Hand? Loll, ich kann Blöcke herumschleudern. Gehst du das mit der Kuh? Hallo? Kann ich die Kuh herumschleudern? Nein, nur Blöcke. Das wäre so Loll, ich schleudere die Kuh herum. Kann ich die Kuh umbringen? Ich habe gerade die Kuh umgebracht. Ja, egal. Sieht einfach nur so behindert aus. Pifil 2 94 Mö. Im Platz. Kann ich die Korte festlegenliste? Ähm. Kann ich das wieder sagen? Hä, äh. Warum? Ich hab... Das ist... Nee... Hallo? Ich hab da gar nichts getroffen. Ahm... Nein, ich hab keine Ahnung, was das gut ist. Hallo? Hä? Hä? Na, da muss man was Sachen böschen. Gibt es auch mit dem Portal? Nö. Okay, jetzt kommt wieder das, was im größten bleibt. Das Black Hole. Das schwarze Loch. Was ist das? Ach so, das da. Warum hake ich auch nicht so, dass du so leckst. Okay, äh... Sagen wir mal... Okay... Von Millamisch Gabum! Die Eggad head. Michkori Seist Seist lar der e Ah, wie viel Atomraketen sind denn da? Ich hab keine Ahnung, was damit abgeht. Okay, das ist mein gewaltiger Tempel. Ich kann TNT setzen. Hallo? Mama, ich kann TNT setzen. Ich kann TNT setzen, hallo? Maaan, das ist so wie die, das ist so fort. Oh, man. Oh, man. Okay, meine Ahnung, ich bin zurückgezogen. Oh, man. Okay, meine Ahnung, ich bin zurückgezogen. Okay. Okay. Now we get the last one. Für 1.000. Kann ich mir ein Feuerwerk kaufen? Ich bin weggezogen. Ich bin weggezogen. Kann ich mir das Feuerwerk machen? Ich bin weggezogen. Ja, ja, ja. Ich will auch zu dem Feuerwehr! Ich weiß gar nicht, welches Feuerwehr zu mir gehört! Die Nummer 1 ist eine richtige Idee! Und wie das einfach läuft! Nääääääääääääääh! Ich hab... Let's play is 34 und... Oh, ich hab FC 1... Ich hab FC 1... Ich hab FC 2, die FC 2, die FC 2... Oh, man. ich habe es sein dass die auf dem Kopf ist oder kommt mir das gerade nur so vor? Die Steuerung ist auch verdreht rum. Die Steuerung ist auch verdreht rum. Die Steuerung ist auch verdreht rum. Die Pfeffi ist so verdreht rum. Ich habe einen Schiff auf dem Kopf. Ich habe einen Schiff am Arzt gefangen. Die Schiff haben alles auf dem Kopf. Ich habe einen Schiff auf dem Kopf. Dann schauen wir uns an. Okay, ich schaue es. Okay, ich schaue es. Okay, okay, das ist... Jetzt kommen wir von allen Feuerwerken. Jetzt kommen wir von allen Feuerwerken. Oooooooo! Yay! Nein! Das ist schon wieder falsch rum. Oh man! Irgendjemand eine Ahnung, was man tun soll, wenn die ganze Map falsch rum ist. Oh man! Oh man! Oh man! Das ist das. Oh man, ich habe ... Alles. Nö, was ihr da war? Das ist einfach mal ... Oh man, es geht nicht. Haus Alter Mann Dann halt hier ein Haus, hier ein Haus, hier ein Haus, hier ein Haus, hier, hier, hier ein Haus Warum fallen alle Häuser um, wie ich baue es? Nur weil ich sie bauen müssen sie doch nicht immer gleich umfallen, oder? Mann Und jetzt Abstand halten, Abstand halten Hoch in die Luft, ciao Und ich hab nen Riesen Ähm, ja, tschüssi Was meint ihr, soll ich ein bisschen aufräumen? Ähm, wisst ihr was, ich mach's dann Ich mach's dann Warum Minigun? Ich nehm einfach die Mini Rocket Okay Okay, jetzt die Rocket Das Ding hat sogar Zielerfassung Das Ding hat sogar Zielerfassung Das Ding hat sogar Zielerfassung Und das Ding hat noch Scheisse Und das Ding hat nur noch Noch mehr Luftunterstützung. Von woher kommt die eigentlich? Ich sehe in jedem Grund Luft... Luftunterstützung! Nice! Upsi! HALTER! HALTER! MANN! Ähm, auch schade, ich kann ja nicht runterfliegen. Hallo? Müsste man, dass ich dem Panzer eine Bombe legen lasse? Mann, das funktioniert nicht. Dann Tschüss! HALTER! Ich weiß, ich jetzt einfach auch selber abschießen könnte, aber das ist halt so witziger. Kann das eigentlich dann auch in der Luft schwimmen, wenn ich's abschießt? Mann! Mann! Upsi! Ah! Oh Mann! Es hat mich vergetroffen! Ja! Leute! Ich hab keine Ahnung, was hier angeht! Aber ich find's witzig! Ähm... Ja! Besser Abstand halten! Soll ich dem Ding hier mal ne Atombombe legen lassen? Seltenkunst! Mann! Wie kann es sein, dass das einfach immer noch schlägt? Ja, die Luftunterstützung schießt jetzt mal! Mann! 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 Sie hat keine Atombombe lege! Du würdest hier noch ein bisschen bauen! Ja, dassАm! Mann, Mann! 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 die blöcke durch die luft ich bin da verbinden ist okay und wie das gelangte das ding hat einfach überlebt leute ich fliege das ist wegen dieser antikraviation oder sowas auf jeden fall fliege ich hier gerade durch die luft und jetzt stört sich ab ich baue einfach noch mehr gebäude ich habe hier einfach ein riesiges durchhalten das durch die luft fliegt den herrn die jahren 1 die diese linke das ist einfach nur nahrungsvoll ok jetzt brauche ich nochmal diesen krimpferd hallo Fliege ich nach unten oder fliege ich nach oben? Ich habe keine Ahnung. Alter Mann. Luftunterstützung. Wie das hier alles durch die Luft fliegt. Noch mehr Luftunterstützung. Okay, jetzt ist es wieder. Wie das hier einfach alles durch die Luft fliegt. Ganz genau. Wie das hier einfach alles durch die Luft fliegt. Ja, nein. Ähm, moin. Oh. W-WAT DA? Nein. Da muss ja immer noch Luft durch die Finger anatmen. Ich habe keine Ahnung. Das ist so cool. Was ist das? Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Fliege ich? Okay, jetzt bin ich unten. Ähm, ich... Ich habe keine Ahnung, was das war. Oh, das braucht jetzt alles, aber das kann jetzt nicht alles geben. Nein, 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 nein nein, nein, nein nein, nein. Derola läuft, doch. So, da! Es ist ja, dass ihr euch einfach noch mal nehmt. Ähm... Ja, nice. nur noch alle sehr die Luft, Young! Warte, ich bin ja einfach mitten im Feuerwerk! Aaaaaahhh! Oh, wie das tut mir! Aaaaaahhh! Ich seh nix mehr! Hier fliegt einfach alles kler durch die Luft! Oh mein Gott! Ich kann einfach gar nix mehr machen! Hier wird ja alles kler durch die Luft fliegt! Hallo? Leute! Ich bin hier der Magelsturm aus Blöcken gefangen! Und unten ist noch das schwarze Loch! Ich bin hier der Magelsturm! Kann mich irgendjemand mal vom Himmel lösen? Oh, warte! Ich schau's mal kurz die Antikrafikation aus! Und wie hier einfach alles nach unten fällt! Und wie hier einfach alles nach unten fällt! Ich kann die kraftige FC und nicht mehr anschalten, aber doch! Ich kann das nicht mehr so weit weg! Und wie hier einfach alles nach unten gefallen ist! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Und ich bin hier! 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 Okay? Ich bin hier. Ich bin hier! Ich kann einfach gar nichts mehr machen, ich rette mich. Okay, selbst mitbretten. Ich kann einfach gar nichts mehr machen. Ich hab endlich wieder 3 FPS. Das Feuerwerk ist leider jetzt weg. Und so elends mitverzogen. Was? Was? PICTING BUS? Oh, nein, das geht. Oh, nein, das geht. Kann ich das hier losgehen? Hallo? Geht das Wasser-Dings da irgendwann wieder weg? Ich hab kein Schema, das sehe ich heute zum ersten Mal. Das ist mein Ernst. Ich hab einfach nur so ein komisches, durchsichtiges Zeichen gesehen, hab draufgeliebt und vor allem ist dieses Ding hier gespawrt. Oh mein Gott. Ähm. Wo ist das schwarze Loch, oder? Alter, im Gegensatz zu dem ist das hier. Also im Gegensatz zu dem ist das schwarze Loch einfach nur. Und ich dachte, ich wollte ja doch mal schon das Beste. HALTAAA. Was ist das für ein Ding? Oh Mann. Aber es sieht einfach elends krass aus. Wow. Was genau ist hinter mir grad explodiert? Oh mein Gott. Was genau ist da grad explodiert? Ähm. Das Ding hier explodiert. Ist das nochmal? Ups. Nooooooo. Ich hab nur noch 6 FPS. Es explodiert schon wieder. Ähm. Ich hab keine Ahnung warum das Ding hier explodiert. Ups. Da ist hier noch das schwarze Loch. Ähm. Wie krieg ich da das schwarze Loch weg? Man. Du hast alle meine Blöcke jetzt weggemacht. Oh Mann. Was ist das für ein Ding? Ich finde es sieht einfach voll krass aus. Ups. Jetzt ist es weg. Äh. Hä. Jetzt ist es weg. Und weg. Und weg. Mh. 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 Und hier fliegt... What? Hier fliegt einfach alles in der Luft rum. Wie bist du das? hallo ich nehme an wo die box nehmen sind also wenn ich hier aufmöge, denn, ach, der ist, ich hab keine Ahnung, was dieser Knopf macht, eigentlich gibt es einfach so viele Knöpfe, von denen ich noch nicht mehr weiß, was die alle machen, gehen wir hier mal raus, was ist das End, okay, jetzt ist das Spiel beendet, was sind die Minigames, ich wollte einmal Minigames spielen, dann ist der Bildschirm einfach nur schwarz gewesen, ja, und was genau muss ich hier machen, ja, was muss ich machen, jetzt hab die Bomben, jetzt hab die Bomben, ja, die Bomben darf ich nicht, ich will die Und die anderen auch? Oh man! Jetzt habe ich das Spiel schon wieder gegrasht! Schon zum zweiten Mal heute! Oh man! Okay, was sind die anderen für Minigames? Ich glaube, das sind alles das gleiche. Wo ist das? Wuuu! Diese Bombe machen wir nicht. Diese Bombe machen wir nicht mehr. Das muss ich nicht nur sehen. Man sieht halt leider nicht von dem schwarzen Zeug hier. Wut? Hier fliegen Würstchen durch die Luft. Ich hab grad so einen komischen Würstchen zerhauen. Was ist das? Keine Ahnung, wenn mich hier fliegen auch Bomben durch die Luft. Jetzt mach ich dieses Relax-Ding. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss weiter in die Luft holen. Jetzt habe ich die Schwerkraft ausgeschaltet. Soll ich mal alles mit Holzern vollballern? Ja. Kann alles mit dem Panzer nochmal in die Luft jagen? Ich fliege. Soll ich gleich zu Anfang Luftunterstützung nehmen? Okay. Okay. Luftunterstützung. Okay. Oh. 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 Ich bin ja in die Luft. Ich bin ja in die Luft. Ich bin ja in die Luft. Ich kann die Blöcke nicht mal in die Luft spüren. Hallo? Ich bin ja in die Luft. Okay. Ich bin ja in die Luft. Okay. 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 Hey. Ohhhh. Ich bin ja in die Luft. Wo waren jetzt noch mal diese riesengroßen Raketen? Ah, hier. Luftunterstützung! Mann, hier fliegt aber auch wirklich alles durch die Luft, oder? Hey. Hau, was zur Hölle geht denn hier ab? Äh, okay, was machen die anderen auch heute noch mal? Oh, Mann. Kleiner, aber Treffendöcher, genau. Was, soll ich die ganzen Partikel hier mal nehmen? Wisst ihr was, ich lass das einfach so. Ey. Feuerwerk! Und hier fliegt einfach so. Alter, hier fliegt einfach so wirklich alles durch die Luft. Und jetzt fliegt es gleich noch er da. Achtung, jetzt fliegt es gleich ab. Alter! Ich hab keine Ahnung, was das macht. Ich hab nötig keine Ahnung. Hä? Ich hab Kaviation auf 10. Okay, was ist, wenn ich hier jetzt Blöcke platziere? Ich kann keine Blöcke platzieren. Ähm, tschüssi! Juhu! Iתי! Hiiihihi! Ihihihihi! ähm, kann ich hier jetzt eigentlich noch eh was bauen ohne dass es gleich wegfliegt hallo ähm oh stimmt was genau äh, da bin ich jetzt leider falsch was genau passiert wenn ich jetzt hier ein schwarzes Loch setze und dann dass die auch die ganze Zeit versucht wegzufliegen ähm dann passiert einfach gar nichts ähm okay, das hätte ich jetzt besser nicht machen sollen ähm, ja, tschüssi okay, da ist jetzt einfach so ein riesengroßer Heuball, äh, Blockball okay, ich spring einfach nochmal alles in die Luft no, 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 nix Das ist doch ein Pfeil. Die ist doch ein Pfeil. Ein Pfeil. Oh mein Gott. Das ist doch ein Pfeil. Das ist doch ein Pfeil. das die um der freundlichen ganze holz was hat es gemacht die Die heben meine Häuser ab! Was ist mit den Bellen? Ja, die fliegt auch in seiner Läufe. Was ist das noch passiert? Nur auf jeden Fall wieder in die Bellen? Oh, Atomexplosion! Oh, ich hab's schon gespawnt. Okay. Was ist für die ganzen Ratten? Ich spawne hier mal ein paar Rasten und ein paar Hühner. Äh, Hühner. Jetzt hab ich mir irgendwie Hühner und Ratten zu haben, wenn die Hühner für Tiefhörde. Bananengut natürlich. Was sind eigentlich die für Bananengut? Für was sind Bananengut? Was? Oh, Menschen. Äh, da fliegen Menschen durch die Gegend. Ähm, die Tiere laufen einfach geringend weiter rum. Die steuert es einfach nicht, da sie einfach Menschen durch die Luft fliegen. Was ist, wenn sie selber durch die Luft fliegen? Oh, können sie gar nicht. Was ist das? Was sind das für komische Bälle? Was sind das für komische Bälle? Keine Ahnung. Aber ich find's witzig, dass sie einfach so meine Gebäude durch die Luft fliegen. Okay. Okay. Hier fliegt jetzt einfach alles wieder runter. Toll. Jetzt stellt die Gebäude einfach in sich zusammen. Und jetzt hebt sie wieder. Ähm, tschüssi. Sag ich dazu. Hasta la vista. Yeah. Und ich merk grad, dass ich einfach ne ganze Stunde schon wieder aufnehme. Da sind einfach so alle Türen. Tiere durch die Luft geblieben. Na naa na 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 na. Konsiumschla� nicht plan. performancesakteur Anruf. Noch ein paar Ratten über die Nieder. Dann Hühner. Hühner, die auf livresdrehen, den ich auch nicht so lege. Menschen, auch ständisch, die Menschen, ähm, die haben keine Lust da unten zu bleiben. Also mit den Ablager eine Zelle. Alle rusty rum. was war das denn gerade okay mach das noch mal was geht was geht was zur hölle ist hier der blut die wird einfach auf einmal oh mein gott seht ihr wo die die seht ihr wo die einfach hier in der hand hat was sind das für komische menschen kann ich nicht eigentlich auch abstürzen ach du sonst kommt eine flutwelle entgegen aber wir befinden uns gerade mussten in einem sturm bitte wir machen sie geduld Achtung, die nächste Welle! Es fliegt einfach alles hier entgegen! Okay, wie hab ich das gemacht, dass die Kühe durchflüssigen? Irgendwie ist doch das Ding explodiert, oder? Leute! Da heben einfach alle Tiere ab! Ich muss noch... Ist das ein Schwein oder ein Stab? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall so schlecht! Wir sind da einfach durch die Luft geflogen! Und jetzt sind sie wieder! Wir stürzen die Instanz zusammen! Oh! Halter, wie das aussieht! Schade, jetzt ist es überall! Die kann ich sehen, wie das aussieht! Ich kann die Graviation bestimmen! Und hoch! Und wieder runter! Und hoch! Und wieder runter! Und hoch! Und runter! Und hoch! Und wieder runter! Und wieder hoch! Und wieder runter! Okay, geht das auch mit Türmen? Einmal hoch und einmal wieder runter. Einmal hoch und einmal wieder runter. Jojojo. Jo, drolololo. Ähm, hallo? So. So, kann ich somit die Zeit einfließen? Oh ja. Ah, es kommt nicht mehr runter. Oh, jetzt habe ich die Zeit leider angehalten. Ähm, sterben. Jetzt fliegt einfach alles durch die Luft. Und ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle, bevor ich noch länger aufnehme. Also, falls euch dieses Video gefallen hat. Obwohl eines in all meinen Videos der Laufschluss. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert auch mal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und sonst, schreibt mir auch in die Kommentare, falls ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Sonst sage ich jetzt, bis zum nächsten Video. Ja.